ARD Text im Auftrag von Funk Wir müssen jetzt aufpassen, dass die natürlich jetzt nicht durchbrechen, aber ja, nein, jetzt können ja alle ausschwören, wie die Hornisten, ja, wie die Hornisten, mein Pro Team hier. Ich defuse, ich weiß zwar nicht, was es bedeutet, aber das hat's gut. Du hast kaum einen von denen in der FL. Ich dachte, ich habe dir gestern eine Tarnung gekauft, damit du mich in deiner FL behältst. Ich habe dir drei Steam-Karten gegeben. Ey, ihr wisst jetzt hier nicht eure ganzen Deals. Ich habe mir besser noch von Ghost. Ghost? Ja, Ghost, drei Steam-Karten. Nee, nee. Ja, trotzdem würde ich da, das sind keine zwei Euro wert. Ja, und? Die sind 15 Cent ein Stück wert. Gott! Gott! Der ist gesplittet am Anfang. Ich habe Abschlusskette! Ich habe Abschlusskette! Echt? Du hast einen gesplitteten Fortfeeder halt gemacht. Ich habe Abschlusskette! Ich habe Abschlusskette! Ich habe Abschlusskette! Ich kann nicht sonst kommen! Was hast du? Er hat keine Hände. Alter, da habe ich die Vorräte. Ich habe schon längst Vorräte. Ey, ich Sniper sah, wie du versuchst, mein YouTube-Emblem zu faken. Oh mein Gott. Lass mich, da habe ich selber gemacht. Ja, aber das sieht man, dass du das selber gemacht hast. Hast du selber gemacht. Wie du versuchst, es zu faken, Mann. Ja, mein Sniper geht wieder nur auf Nuklear. Und dann so schlecht, ganz schlecht gefaked. Ich habe keine Nuklear, Mann. Fuck! Ich hoffe, ich hocke nicht im Spawn, ganz ehrlich. Ich hocke auch nicht im Spawn. Doch, ich hocke in unserem Spawn. Böne MP7. Wieso spielst du eigentlich nicht dieses Ding, womit man die Drohnen geiern kann und holst die Drohnen runter von den Gegnern? Weil das dann meine Drohnen sind, oder nicht? Da kriegst du 100 Punkte für. Ja, könnte ich echt mal machen. Gute Idee. Das erste, ich glaube, was du mal in langen Zeitraum gesagt hast. Blackheart. Blackheart habe ich noch nicht freigeschaltet, das Blackheart-Ding. Anderklasse. Ich spiel nicht mit der St... Ah! Fuck! Da war ich auch noch auf der falschen Waffe. Ihr habt es schon wieder geschafft, die Spawns zu flippen. Was, bist du tot? Ja, ich habe es auch noch richtig gefailed nachher. Einfach kein... 0 zu 1. GG. Egal, aber guck mal die Vorderse an. Wer wirft ihr aufs Dach, ganz ehrlich? Wer spielt denn mit Orbit? Ja, ich wollte echt gerne mal wissen, wer gepusht hat. Wer hat gepusht? Oh, Robert spielt mit Orbit. Robert! Der liegt eh nur im Haus mit LMG. Oh, double mit der Fernengladung. Weights first. Nee. Er holt mich, er holt mich auf 21. Was, die Tragenfeierer? Er leuchtet live zu mir. Also, wenn ich es heute leuchtet sehe, die kommen sofort, als ob die irgendwie in der Jugendherberge zoggen. Genau. Der gibt's heute. Also, wieso in der Jugendherberge zoggen? Keine Ahnung. Ich rassistisch, bist du hier? So, jetzt lassen wir bitte mit den Vorreden. Ich geh mal in die Dragonfeuer. Hättet mich, war nicht mehr hier raus. Hättet mich, war nicht mehr hier raus. Hättet mich, war nicht mehr hier raus. Hättet mich, hab ich die Wand gesniped. Hey, du hast doch auch mal so durch zwei Wände einen gesniped. Das hast du sogar auf YouTube hochgeladen. Ja, ich hab mal 13 Kills Abschlusskette gemacht und dann eine Morph gemacht. Eine Morph gemacht. 13 Kills Abschlusskette und eine Morph. Wer ist denn immer hier? Läuft bei dir auf jeden Fall. Ja, du warst dabei. Ja, aber man kann keine Abschlusskette machen. Ja, ein MB3. Feed halt. Ja, ey, Invision, bitte. Im 6 vs. 6 hat dann 7 mal ein Multi-Kill gemacht. Double Multi-Kill und dann eine Morph. Na, gegeit. So, schnell mal die ganzen Vorräte geiern. Alter, sind das viele. Die ganze Map ist grün. Hab Orbi, hab Orbi für euch. Nimm keine drei Stück. Ne, ne, ich acht drauf. Nimm einfach einen und hau raus. Noch ein Orbi. Muss ich meine Farbe anlaufen sollen, warum heizt man so? Ey, wartet mal ein bisschen mit den Vorräten. Ich kann die nicht alle aufheben. Wirf mal keine mehr. Ja, da kannst du mir einen zweiten Bildschirm kaufen irgendwie. Damit ich so eine da frisch mache. Das ist nochmal das Wichtigste. Okay, ich kaufe jetzt, ich kaufe euch ja immer irgendwelche Sachen. Wird auch noch einen vierten gebrauchen. Hier noch einer. Pass. Mr. Contro. So, ihr habt es schon wieder geschafft. Oh. Wie kann ich einen 18-10 haben, Mann? Ich war noch nie so schlecht. Schon seit der nächsten Episode. Was ist da los, Mann? Ich bin voll ausgerüstet. Haut mal auf jeden Fall mehr Vorräte raus. Die Runde ist ja auch gleich vorbei. Sie haben geschützt. Sie haben geschützt. Er ist egal, die Runde ist ja eh gleich over. Naja, ich bin mal weg. Haut rein. Nein. Du gehst jetzt nicht einfach. Och, ich geh jetzt. Oh, ich glaube, jetzt habe ich wieder irgendwas kaputt gemacht. Nichts mehr raushauen, ne? Keine Vorräte mehr. Er ist einfach geliebt. User disconnected from your channel. Ne, der verarscht. Ist das jetzt dessen Ernst? Ja. Alter, ey. Gott sei Dank, Alter. Wenigstens kannst du Baum verschüttet. Dieses YouTube-Emblem. Lass mich. Ich habe das sogar so schön gemacht, dass ich Groß- und Kleinschreibungen beachtet habe. Ich habe nämlich jeden einzelnen Buchstaben nachgebaut. Hm. Angeblich selber, ne? Gib dein YouTube-Emblen Black Oaks zu bauen. Nein. Ich habe es echt selber gemacht. So, eine Baume blenden. Lass mich abblenden. Ich habe ziemlich viele Streaks. Also, das könnte jetzt richtig nett werden. Lass mich abblenden. Obwohl, jetzt ist Bote nicht da. Jetzt wird besichert, irgendwer... Wer ist denn der Neue? Der Kostemap. Der Gilgason. Ah, du bin eif! Nice. LOL! Loadstar. Loadstar in den Vorräten? Ja. Echt? Achso. Ach, nice. Ich habe auch noch einen Loadstar selber dabei. Maxi. Ja. Aber jetzt wird er wieder so glitschen, ne? Junge, ich habe... Alter, wieso glitscht der denn so? Maxi, was ist mit dir los? Weiß ich nicht. Hol die mal dringend aus dem Haus raus. Ja, geh mal ins Haus oben raus. Äh, oben rein. Ich gehe oben. Ich gehe oben. Nein, ich werde geht flug. Was, nein? Maxi, was ist denn los? Komm, rick dich nicht aus. Scheißegal. Weiß drauf, Maxi. Keiner... Immer, wenn er live spielt, ne? Immer. Wer nimmt meine Vorräte? Wenn... Random, wir haben random, der in den Vorräte da wird. Ja, ich weiß. Ist klar, dass der Vorräte nimmt. Das ist auch... Haben wir echt nochmal Boote zu verdanken. Aber... Viele Grüße an dich, Boote. Sehr sozial. Geben auf seinen Kanal, hört ihr den. Wann wird's nicht, dass jetzt jemand mehr macht, ne? Fragt sich, ob du das jetzt ernst meinst, dass es keiner machen soll? Wann? Ah, wartet. Ich hoffe mal. Oh Gott, Gilgason holt alles, ey. Was ist das für einer? Ey, wenn ihr den irgendwie blocken könnt, dann macht das, ja? Wenn ihr den irgendwie geblockt bekommt, irgendwie in die Ecke blocken, sodass ihr den machen kann. Ha! Holt den, holt euch! Block den, block den! Ha! Die haben den geblockt. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Die haben den geblockt. LOL. LOL. Oh, die haben den echt geblockt. Alter, ist ja perfekt. Lasst ihn die ganze Zeit blocken. Vor Videos könnt ihr euch auch ablösen, dass jeder mal blockt. Er tötet sich selber. Och, er tötet sich selber. Versucht's, versucht's wieder, versucht's wieder. Pult die Leute mal ein bisschen aus dem Spawn, bitte, raus. Ich bin im Haus rum. Ich kill mich selber. Ruhig. Ruhig. Nicht aufregen. Denk an einen schönen Tag am Strand. Nee, dann musst du mit dem Sonnencreme einkremen und dann klebt das immer am Sand. Das ist so eklig, Mann. Ich kreme mich eigentlich nie ein. Ja, bleib, 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 bleib. Du willst ja auch schwarz. Nein, ich bin nicht schwarz. Ich bin auch gar nicht so richtig braun oder so, aber... Die müssen das denn nicht. Nein, ich bin eigentlich gar nicht so ein dunkler Auto, aber ich krieg trotzdem irgendwie die Sonnenpann. Hey, komm mal, Maxi. Ja, komm mal, Maxi. Er sucht ihn doch mal zu blocken, wenn ihr den irgendwo findet, ne? Wir haben ihn doch schon. Habt ihr den? Habt ihr den? Habt ihr den, wo ist er? Ja, ich bin schon. Ich hab ihn. Ja. Das ist so genial, echt. Ja, komm mal, sucht's direkt wieder. Direkt wieder versuchen. Gilgason. Wie der hier einfach umgekreist wird. 70-1. An sich wäre es eine nette Runde, wenn ich nicht gestorben wäre. Ich zeig übrigens nach der Runde, versuch mich mal dran. Versuch mich nach der Runde bitte mal dran zu erinnern, dass ich nochmal meine Statistiken zeige. Ich glaube, die habe ich noch beide nicht gezeigt. Ich möchte übrigens nicht immer zeigen, weil ich das sonst ein bisschen, das nimmt die Spannung. Also nicht nach jeder Runde. Nice. Du darfst dich nicht mal selber killen, das ist ein bisschen schade. Sorry, Mann. Ich glaube, ich bin danach nicht mehr da. Ich zeig. Warum ist egal. Das 44 zu 17 geht ja eigentlich. Aber du bist irgendwie heute anders. Ja, das wird schon wieder. Das wird schon wieder. Vielleicht weil ich Ferien habe und der hat Schule. Andern soll er damit? Lol, was? Naja, geil. Okay. Auf jeden Fall. Alter, die Dragonfire geht gerade richtig ab. Der Titel heißt, Gegner werden geblockt. Ja, ich werde glaube ich echt irgendwas mit geblocken. Ich gucke mir die immer nochmal an, die Folgen. Hey, jetzt habt ihr mich ja geblockt, ihr Lümmel. Aber ich habe eh alles. So, dann hau' ich den. Alter, das ist unerträglich mit diesem Glitch. Ich verstehe das nicht. Wollt ihr nochmal aus dem Haus raus? Geht mal ins Haus, ins Haus. Die werfen ja nur Nades, Alter, Mann. Echt, wann hat man Kuse hier, weißt du? Ich weiß nicht. 32. 32? 32? 32, dann habe ich's. Ich habe's bald, ich habe 31. Ich habe's noch nie reingepackt. Ich kriege über viel EP übrigens. Ich bin im Haus oben, hier unten rein. Schrei nicht. Ey, gleich ist aus, hau' nichts mehr raus, David, ne? Ne, ne. Ich glitche nur mit meinem Loads da rum, das ist schrecklich. Echt, man kann überhaupt nicht aimen. Soll ich landen und die sollen dann defusion? Meinig wird einem davon voll schwindelig, wenn man da ruhig die ganze Zeit so draufstarrt. Ich krieg's echt nicht geändert, so. Ey, ich glaube, ihr habt wieder die Glitch-Cam. Ach ne, wir haben verloren, schade. Sonst hättet ihr wieder gesehen, wie ich rum mit meinem Loads da rumgeglitcht habe. Nein, mach was. Ey, noch ne Runde? Ja. Ach, Verlängerung. Ach, ich hab 100+, stimmt ja. Lucky's ist Hacker, 101. Nein, 102 zu 1, mein Freund. Lass mich planten bei 10 Sekunden. Planten. Lass die nicht planten. Obwohl, lass die planten, bleibt hinten. Und bei 10 Sekunden entschärfen wir dann zöch' das... Ja, ne, das ist ein bisschen riskant. Doch. Wenn mehr Zeit kommt... Das schafft ihr eh nicht. Alle hinter. Ah, ich glaube, ich weiß geschützt, dem Gigason. Alle hinter jetzt. Versucht die ruhig nochmal zu blocken. Kommt nach hinten. Ja, kommt nach hinten jetzt. Lass die planten. Echt jetzt? Ja, ohne wird's erst die planten. Ja, wait, dann geh mal weg da. Boah, der bleibt da nur noch im Spawn. Was hat der eigentlich... Ah, 0 zu 4. So ein Spaß. Ja, echt. Obwohl, ich glaube, ich würde es auch so machen, ganz ehrlich. Ah, der kriegt das, der hatte da kaum reingefahren. So doof der 4. Machen wir's, oder? Blenden die? Ja, ne, die blenden nicht. Oh, bis oben. Na, egal. Die machen das nicht. Ey, war's schon. Die sind jetzt zu 4. So, ich hau' dann gleich mal die Vitoi raus. Okay, aber raus die Pläne. So schlecht geworden, Mann. Kennen wir von dir nicht. Alles wegen Schule, Mann. Echt, man muss nur noch alles wegen Schule. Danke, Dark. War nett von dir. Ah. Gehen wir ins Haus. So, jetzt können wir die mal hier richtig schön weghauen. Geil. Neuer Rekord, lol. Ja, es war wieder sinnlos, dass wir einmal gestorben sind. Das regt mich dann immer auch. Das wir einmal gestorben sind. Ist egal, ist egal. Obwohl der echt komisch ist. Der macht so alles, wie man es nicht machen soll. Ja. Sag ich mal nix, was irgendwie gut ist, aber. Ja. Aber ich hatte schon, als ich den gesehen habe, Geilgason. Ich meine, wer heißt schon Geilgason? Geilgason. Spawnflip. Echt, Spawnflip, dann defendet mich. Oh, wenn ihr jetzt stirbt, Alter, ne? Defendet mich. User disconnected from your channel. Waste in peace. Nee, User in your channel hat sich selbst gebannt, heißt es dann. Alter, 141 kills schon. 200 plus kommt. Nee, nee, nee. Ah, ich hab nochmal Vitor, ich hab nochmal Vitor. Ey, geh ab, geh ab. Mach Vizemot an. Nee, ich hab, ich sind nur noch 7 Sekunden. Hätte der Random nicht geplantet, ey. Wieso? Ah, der Boot hat's echt versaut. Ja. Immer ist Boot der Schuld. 150, naja. Trotzdem, trotzdem, ziemlich nice Runde. Nice. Ähm. Ja, ich wollte nochmal ne KD zeigen, genau das. Bevor ich das vergesse. Naja. Wer, wer ist erst im Scoreboard? Nova ist nicht mehr leid. Das ist jetzt eigentlich, was ich so auf 61 zu 23. Naja, 3er KD. Naja, Maxi, komm. 150 Kills, nice. Ja. Wer ist noch 1 zu 0 gewesen und wer Boote nicht rausgegangen, dann wär's perfekt. Aber irgendwie ist es mir noch nicht vergönnt, eine perfekte Runde zu machen. Hier, guck mal hier, wie viel EP das gibt. Das gibt 29.000 EP. Das ist ne KD von 60. Ah, kugelsichere Weste, aber eh, noch, jetzt hast du es direkt schon gespoilert. 60er KD. Nein, noch nicht. 59,5er KD. Echt, ich hab nur gedacht, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Damit ist die 21. Runde auch vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns.